Hallo liebe Kinderlein Komet und herzlich willkommen zum dritten Türchen meines großen Adventskalenders. An Tag 1 hatten wir Harry im Gepäck, gestern gab es Hermine und wer fehlt da wohl heute noch natürlich Ron Weasley. Und bevor ich euch erkläre, wie ihr diese kleine Lego Figur gewinnen könnt, ihr wisst es vermutlich schon, möchte ich ihn euch natürlich erst ein bisschen genauer vorstellen. Rote Haare, verschmitztes Lächeln und eine Gryffindor Uniform, die nicht ganz so sitzt, also an der Krawatte hätte man ein bisschen arbeiten können, dann haben wir nicht einen, sondern wie immer zwei Zauberstäbe im Gepäck. 14 Zoll Weidenholz, Kern aus Einhornhaar. Und wer darf an Ron Seite auf keinen Fall fehlen, die kleine Ratte Kretze. Da, jetzt ist sie stehen geblieben. Ihr könnt sie auch gerne Peter Pettigrew nennen, ich sag doch lieber Kretze zum kleinen Kärtchen. Also zu gewinnen gibt es diese wunderbare Lego Figur mit rotem Haar, Zauberstäbe und die kleine Ratte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr diese wunderbare Lego Figur gewinnen könnt, ich verrate es euch. Kommentiert dieses Video, abonniert meinen Kanal und klickt die Glocke, damit ihr sofort von eurem Smartphone erinnert werdet, wenn ein neues Video meines großen Adventskalenders online geht. Zwischen allen Kommentaren wähle ich dann einen Gewinner aus und in den kommenden Tagen werde ich euch dann informieren, wer es heute am dritten Tag geworden ist. Bis morgen, 18 Uhr habt ihr Zeit und dann sehen wir uns mit meinem vierten Video wieder. Bis dann, alles Gute, Tschö und gerne dann, bis morgen.